Jetzt ist er ein One-Hit-Wonder. Willkommen zurück, meine lieben lumpigen Freunde da draußen und Zuschauer, die eventuell noch lumpig werden wollen, zu einer Runde Minecraft Survival Games auf der Map Abreeze Island. Und ja, ich bin nach meinem Wochenende wieder da und ja, so, das heißt, das Video ist von Donnerstag und ihr seht es am Freitag, heißt, ganz, ganz frisch aus dem, aus der lumpigen Firma, ähm, aus der lumpigen Firma, Alter, what the fuck. So, also ihr merkt schon, ich hab mich nicht geändert, ich laber immer noch so viel Scheiße wie davor, aber das dürftet ihr mittlerweile gewohnt sein, ja, nehm ich an. So, warte mal da oben die Kiste, schauen wir natürlich auch rein, ist nicht so der Imba-Loot drinne, aber besser als gar nichts. So, ja, also, ich bin wieder da, so sieht es aus und so ist es. Gut, wir haben so schlechte Rüstung, ne, wir haben einfach nix, wir haben Lederstiefel, meine Güte. So, dann müssen wir hier auf jeden Fall irgendwas abstauben. Er bewegt sich nach da, was hat der links, ich gehe mal auf den links. Okay, der war ja gar kein Problem. So, und jetzt müssen wir hier irgendwie checken, dass wir auf die Insel kommen und den Kollegen da hinten mit der Brustplatte uns vorknöpfen, so wie wir uns ein Hemd aufknüpfen, ähm, bester Vergleich, EU. Oh, ja, so geil! Ich wusste gar nicht, dass man hier rein kann. Da war sonst noch immer, das war doch sonst immer zu, oder? Ich hätte jetzt schwören können, dass das sonst normalerweise zu ist. Aber gut, vielleicht hat sich das in dem Wochenende, wo ich weg war, geändert. Hm. So, die Melone nehmen wir auf jeden Fall auch mal noch mit. Ich weiß nicht, wie viel Essen wir noch haben. Da ist auch noch ein Helm. Saubere Sache. Hose, die kann ich auch nicht gebrauchen. Das packen wir noch nach unten. Hier schauen wir noch rein. Können wir auch alles nicht gebrauchen. Und dann gehen wir wieder hier hin. Mit dem Eisenschwert. Ich weiß es nicht. Er hat tatsächlich ein Eisenschwert. Ähm. Oh, Dude! Zwei Hits. Drei Hits. Vier Hits. Jetzt ist er ein One-Hit. Jetzt ist er ein One-Hit-Wonder. D-d-d-d-d-d-d. Dieses Y-Y soll ein Smiley darstellen, oder? Nice. 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 Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt nicht so die schlechten Sachen auf jeden Fall. Ähm. Feile nehme ich sehr, sehr gerne noch mit. Die Goldstiefel auch. Auch, wenn sie keinen Rüstungsunterschied machen. Ich weiß es. Ich weiß es. Aber ich finde, die haben einfach mehr Swag. So. Jetzt noch was essen. Ähm. Erstmal die Karotte. Und dann gehen wir ans Land, denn da habe ich auch schon jemanden erblickt. Äh. So. Das auch nicht. Zack, 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 zack. Kompass. Noch nach unten. Und los geht es. Neun potenzielle Gegner haben wir noch. Das heißt... Okay, jetzt haben wir nur noch acht. Schade, schade. Da macht man nix. Jetzt müssen wir mal sehen, dass wir hier den Kollegen wiederfinden. Ähm. Wir haben jetzt zum Glück einen Kompass, ne? Der Kompass hilft uns ja wirklich. So. The Retro. Ach. Retro, Retro, Retro. Meine Güte. Was machst du nur für Sachen? So. Schuhe haben wir noch bessere. Okay. Pfeile haben wir auch noch welche bekommen. Alles klar. So. Jetzt holen wir uns ihn hier noch. Ach, wir haben gar keinen Bogen, merke ich, ne? Ach, wir haben Pfeile, aber keinen Bogen. Auch stark. Ne. Warum schreibt der HH? Was ist los mit dem, Alter? Ne. Als ob ich ihm Food gebe. Was denkt er, wer er ist? Hol ich mir ihn hier. So. Komm, komm, komm. Laufen die jetzt alle weg hier, oder was? Wow. Dein FNS hat richtig viel gebracht. Mit deinen 800.000 Ticks, ne? Oh. Alter. Jetzt muss ich weg. Jetzt muss ich weg. Ein Herz. Ein Herz. Der hat mir richtig gut gedrückt. Uiuiui. Jetzt müssen wir laufen. Oh. Nicht gegen Blöcke laufen. Streng dich an. Uiuiui. Das ist richtig dramatisch. Ah. Ich bin aber nicht in Teams erlaubt, oder? Ne, bin ich nicht. Gut. Gut, gut. Kämpf doch bitte mit dem. Gut. Gut, nochmal geboostet. Okay. Ja, probiert mit dem Bogen. Ist nicht so. So eine dumme Idee. So. Jetzt kämpfen die. Äh. Zack. So. Komplett eisend sind wir. Mal gucken hier, ob wir den Cheesy... Ach nee. Hä? Wer ist das jetzt hier? Chaos Player? Chaos Player? Warum habe ich denn da irgendwas mit Cheeseburger gelesen? Mann, ich hatte so einen guten Spruch parat und wollte so cheesy von easy, easy peasy. Aber der heißt ja einfach nicht cheesy. Der hat meinen ganzen Joke, meinen ganzen Joke hat er kaputt gemacht. Dafür musste er einfach bezahlen. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. So. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Zick, 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 zick. So. Das können wir eigentlich auch nicht mehr gebrauchen. Was soll ich mit dem ganzen Billow-Kram hier? Weg damit. Pfeile können wir uns noch welche machen und die sollten wir uns auch noch machen. Die können entscheidend werden, wenn wir noch ein bisschen spammen können im DM. Deswegen machen wir das auch ganz schnell. Ein Crafting Table gibt es hier am Spawn. Alles klar. Auch wenn wir uns das theoretisch noch für ein Feuerzeug aufheben könnten. Aber ich mache es jetzt lieber erstmal, weil wenn wir uns dann doch noch kein Feuerzeug machen können, dann war es verschwendet. So. Sechs Skills haben wir schon. Drei Stück können noch dazukommen. Nicht mehr zweistellig, aber kurz davor kann es noch gehen. So. Er ist Low Equipped. Okay. Das heißt, den jetzt als erstes. Wir hatten ein Scharnte, das Schwert oder was? Oh. Oh. Dude, es ist... Oh, er hat einen Goldapfel. Ja, gut. Was soll ich da machen, ne? Ich würde sagen, war trotzdem auf jeden Fall eine schöne Runde. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Wenn es euch gefallen hat... Hä? Was labere ich für ein Ende, Alter? Hau da rein. Bleibt lumpig. Ciao. Bis zum nächsten Mal.